Hallo liebe Diebsche-Freunde zu einer neuen Partie FIFA 22 und zwar Arminia Bielefeld gegen Breuner Fürth. Am 19. Spieltag, ja, ein Abstiegs-Derby, Fragezeichen. Wir spielen die Heimmannschaft, wie immer, und auf dem Friedlichkeitsgrad UFI. Mal sehen, was uns heute Abend erwarten wird. Und ja, hier die Ausgangslage und gleich gibt es die Aufstellungen und dann geht weiter. Und ja, hier die Ausgangslage und gleiche Ausgangslage. So, dann kann es losgehen. Würde ich mal sagen. Und ja, hier die Ausgangslage und gleiche Ausgangslage. Und dann geht er knapp am Schau vorbei, das Ding. So, jetzt der erste Ballkontakt für die Bielefelder hier. Knapp, sehr knapp. Was denn? Es gibt Delby-Karte für Grün, ja, hat er den Ball gespielt. Meine Fresse. Mann, 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 Mann. Nächste Chance für Fürth. 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 Kurz vor dem Spiel hier und dann der Fehlpass, war klar. In den Raum hinein. Hoch. Komm, 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 komm. Ne, so nichts. Jawohl, klasse. Freistoß. Wir spielen da schön ruhig. Bielefeld hat ja Zeit, ne? Normalerweise, ja. Ah, Glühler wird da hängen. Ja, Bielefeld macht das ganz geschickt bis jetzt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hallo. Sechs er rein? Ball weg? Ah, Glück gehabt. Jetzt aber, der Gegenzug. Jetzt jeder, der... War schön, ne? Ah, nicht. Komm, 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 komm. Rauf, rauf, rauf. Boah. Ball weg. Nur noch heißes Ding. Gut da. Ja. Hallo, Führte. Oh, Mann, 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 Mann. Die können da kombinieren, da haben, Sechste, ne? Und dann Tillmann schießt und Ortega mit den Fingerspitzen noch über die Latte. Mann, du Meter. Wieder das schlechteste Ding hier, abgeworfen ist. Ja, geht doch. Die Biele fällt unter Druck. Oh, Abflag. Über das Tor. Ja, Bielefeld muss versuchen, hier ein bisschen mehr Ballbesitz zu bekommen. Das ist schwer, ich weiß, aber es hilft nix. Was ist der geil ist? Ruhig. Halbzeit. Halbzeit. Und wir machen gleich weiter, natürlich. Wie immer. Ah, viel Pass. Ganz schlecht. Oh, da gibt's nicht Vorteil. Auch passen. Uah. Gehebe Karte, die nächste. Der Sierra. Na ja, da hat da hinten kurz noch jemanden zum Fall gebracht. Ganz geschickt gemacht. Keiner hat's gesehen, Fragezeichen. Nein, alles gut. So. Jetzt der nächste. Die Biele fällt ja unter Druck. Unter Druck. Ballweg. Sehr, da jetzt mal wieder Entlastung vielleicht. Gegen sein Mann, komm. Ach, schade. Schade, Meierhöfer. Oh. Oh, Leute. Dann püppelt er zwei aus. Bis dann muss wieder Urtega klären. Mann, 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 Mann. So. Wechsel. Oh, Mann. Hielsen war das, glaube ich. Schöner Kopfball. Am langen Frusten vorbei. Boah, Tigger hat auch wieder keine Chance, hä. Mach. Was ist denn der Kopfball? Ja, Bielefeld muss was tun. Ich weiß, es ist schwer. Aber so wird das sonst echt Arssträumen werden die nächsten Minuten. Wieder Serra. 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 Hat er wieder Platz. In der Planke. Hey. Abseits. Klasse gemacht. Nielsen klärt da super Räder als letzter Mann. Glück gehabt. Oh, hier haben wir einen Setfenisch. Abseits. Ja. Im letzten Moment auch geklärt. Wir haben den Druck mit immer größer hier. Ball weg. Sicher. Mit Ruhe. Und Geduld. Klasse, jetzt der Platz da. Wimmer. Wimmer. Nein, noch nicht. Und schießt er da. Nächster Wechsel. Freiburg will's wissen. Nein, Freiburg führt will's wissen. Green Compline. Neuch. Bielefeld muss jetzt versuchten auf Zeitung spielen. Wenn's anders nicht geht. Ah. Überwicht. Klasse. Pieper. Aber da war nicht in der Stimme vor. Oh, Leute. Christiansen. Nein. 10. 11 Meter. Oh, Junge, Junge, Junge. Jetzt. Genau das passiert, was man nicht wollte hier. Ah, nee. Oh, nee, 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 nee. Es war eigentlich ein dummer Tufall, ne? Dummer zusammenbrei. Oh, oh, oh. Jetzt gehen's elf Meter. Ich hab's gewusst. Oh, Glanzparade. Oh, Glanzparade. Super Ding. Er hat die Ecke geahnt hier, ne? Zack, rüber. Und dann. Oh, Weltklasse. Oh, TK. Der Ball geht nicht ins Tor. Ganz einfach. Oh, wieder Glanzparade. Oh, wieder. Mann, 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 Mann. Nichts in Schrause. Applaag. Das ist der neue Mann. Ja, steht auf Alta. Oh. Nur hat der super zurückgelegt. Und dann kommt wieder Serra mit der dicken Chance zur Entscheidung wahrscheinlich. Aber nein. Immer noch nicht. So weit geht es dann auch nicht. Eine Viertelstunde noch. Lass mich. Oh nein. Und dann doch der Ausgleich. Dem kann er auch nicht mehr halten. Oh, Tega hält alles. Nur hat diesen Schuss nichts. Oh, Mann, 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 Mann. Bitter, bitter, bitter. Seguin, Ausgleich. Für heute für die Nummer 33. Paul Seguin. Nichts, der Weg zu. Nichts, der Weg zu. Nichts, der Weg zu. 频 הג. Oh, der Weg zumuke. 43. ve pagar. Oh, 피ated alden? Hier ist der Weg. Oh, das ist des svenges. Drei, ich muss das noch vollkommen. Bergen kann ich gleich viel增 фотографieren. Schade, wie führt er da nochmal mit Powerplay? Kein Wurf, glaubt er, es geht nicht hinaus im Spiel, ja, das war's, 1-1, hier die Partie aus, es war ein Kampfspiel, Bielefeld massiv unter Druck und am Ende hat eigentlich, ja, Fürth doch nur außer Griechenes verdient, ja, sie hatten mehr Chancen, sie waren die bessere Mannschaft, das war's, ich hoffe, es war unterhaltsam, jetzt kommen nochmal die Höhepunkte und wir sehen uns dann in der nächsten Begegnung wieder, bis dahin, tschüss. 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 Vielen Dank.